So, das sind unsere Cake Pops geworden. Ich konnte gestern leider, war es nicht ins Video rangegangen und keine Ahnung was. Deswegen zeige ich sie euch heute jetzt nochmal. Also das sind unsere Cake Pops geworden. Also zu Spießen haben wir sie verarbeitet, weil wir fanden das dann eine lustige Idee. Und genau.